Ok Leute, jetzt kommen die Puts. Ich mach kurz Standard-Banner für einen Extra-Poll-Forster, komm. Wow, Sacrificial-Grade-Sword. Juhu. Wow. Das ist 75. Geil. Das ist 76. Geil. Ey, was haben die Hurenzöne das Weapon-Material-Pack teurer gemacht? Was soll das? Wow, 77. Und wie viel teurer? 78. Ja, es kostet jetzt 100 Genesis Crystals. Oh mein Gott, endlich auf 78, heilige Scheiße, ist das so nötig gewesen. Das waren 78 Puls mehr als es hätte sein müssen, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber jetzt hast du ja Moila. Let's go. Secure your belongings. Keep a firm hold on Paimon. And most importantly, let go of your troubles. Let go of your troubles, Zeck-Modani, jaja. Let go of your troubles. Fick dich. Bro, du hast mir die fucking Ko-Probleme kreiert. 100 Puls, 150 hat sie mich gekostet. Ja, aber das war sie worth it, ich sag's dir. Für fucking vier Genienz, die ich noch bekommen hab. Jetzt bleib auf den Panner. Ich hab null Puls, null Puls. Ja, ich mein, mit denen, die du bekommst, so beide Waffen sind gut. Nee, nee, mach ich eigentlich nicht. Aus dem Überkommen von 20 Ding. Ich kann's nicht machen. Wenn... Ah ja, Xelonen, nevermind. Genau. So. Ich kann nicht. Und ja, Ring of Yaksch wird halt auch dogshit sein, aber so... Hey, ja, so wenn ich es nicht schaffe, Xelonen zu bekommen, dann... So ein kleines bisschen reinwailen kann man schon, aber... Ein bisschen wailen. Du sagst halt, Ring of Yaksch ist auf ihr so 30% oder sowas schlechter. Und was? Welches? So viel schlechter. Ja komm, du könntest auch einfach jedes Mal Nevelette Waffe spielen, wenn du... Ja, aber Nevelette Waffe ist actually nur so 3% besser. Glaub ich. Ja, sieht aber besser aus. Ja, dann bleib ich aber bei Ring of Yaksch, sonst muss ich dazwischen wechseln die ganze Zeit. Glaubst du, ich kann Zack Jade auf ihr spielen? Alter, das kann nicht sein. Das ist nicht heute, ne? Das ist... Übermorgen, fuck you. Ja, Zack Jade, aber dann brauchst du... Insane Artefakte. Ja, ja, ja. Weil Ring of Yaksch macht einfach nichts dann so. Alter, ich kann nicht mehr, das Game hat mich so gebrochen. So, sie ist dann... Ace Line 103 Crit Rate. Ja. Also nur Crit Damage. Fieses darfst du haben. Okay, ich hab keinen Early bekommen, aber jetzt bitte einfach einen Bennett, dann bin ich happy. Ja! Ja, ein Bennett! Ja! Nice. Aber wie gesagt, kriegt man den nicht for free. Und Kachina! Wow. Nice. Egal. Bro, ich wurde aus der Pulling an die Mälte rausgeworfen. Schade. Bro, vorsch, was soll das? Jetzt weiß ich nicht, was ich bekommen hab. Ja, ja. Jetzt... Jetzt seh ich noch so ne... 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 Noch ne Mualani. Warte, warum hast du dann angenommen? Ich weiß. Ja, weil die Einladung abgelaufen ist. Okay. Naa, es kann nicht sein. Ich bin... Ich bin tilted. Wie lange es... Also wie viele Pulls mich wirklich Mualani jetzt... Ja, also ich hol mir Xylonen und diese, die danach kommen. Ja, ich brauch auch Xylonen. Das heißt so... Jetzt muss ich legit 50-50 gewinnen, sonst hab ich actually verloren. So bis Xylonen. Wow. Ja, dann musst du winen. Ja, ja, schon. Ja. Wala. Wala. Warum? 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 Oh, endlich kann ich mir Daya holen. Let's go. Ja. Are you sure you want to invite Daya? Ja. Oh, no. Oh, ja. Ja, ich hab mich Daya. Ja, ich hab mich Daya. Ne, also... Daya ist auch okay. So eine C6. Da ist so... Eine gute C0. Ich hab Bro, Daya. Oh mein Gott. Endlich hab ich Daya. Ich hab so lange drauf gewartet. Halt der Fresse, Mann. Ich hasse dich. Warte, ich hab mega lange drauf gewartet. Ich hab Mona, glaub so... Tag 3. Du machst auch komische Bären, Alter. Was ist das? Juhu, jetzt hab ich noch neu. Ey, Quarsh, ich geh mal duschen, aber du kannst in meiner Welt bleiben und dann komm ich gleich wieder. Okay. Welche Waffe auf Mona? Ja. Ähm, deine DPS-Waffe. Okay. Ich heisse Thrilling Tales. Ja, oder Sekt Shade. Ah ja. Wo wir bei Sekt Shade sind, du willst jetzt ja Battle Pass. Ja, ich hab jetzt grad noch... Äh... Du kannst bei Dway jetzt so ein Artifact-Ding bekommen. Jetzt? Aber halt nur eins. Ja, so jetzt. Du gehst zu den Artifact und dann... Äh... Und dann in deinen... Zu deinen Items und dann dieses komische Schreibmaschinen-Ding da. Wo ist es? Musst du öffnen. Jo, in deinem Inventar würde ich es auch nicht finden. Ja, wo ist es denn? Bei Precious-Items oder wie? Ähm... Vielleicht hast du es noch nicht abgeholt. Musst du es bei dem Adventure Handbook claimen. Ach so. Ja, das kann ich gleich machen. Aber ich wollte noch ganz kurz nachschritten. Ja, jetzt habe ich zu viele Friendship-Characters. Jetzt habe ich wieder plötzlich 5. Ja, ich glaube Kirara wird gekickt. Die ist sowieso bei 10. Ja, Kirara wird gekickt. Nein. Wow. Das ist das für ein Team. Wildes Team. Ich glaube Nilo wird auch gleich gekickt. Ich glaube Nilo wird auch gleich gekickt. Ja, Nilo wird actually gekickt. Aber für wen? Ich glaube Nilo wird... Ja, actually... Ich... Ja, ist egal. Ne, ich glaube ich mache erstmal meine Lady Stuff da. Ja.